Jetzt kenne ich Dominik Vlasny persönlich, wirklich netten Kerl. Ich habe mit ihm Ping-Pong-Tischtennis gespielt. Es war ein super Abend. Ich kenne seine politisch-inhaltliche Programmatik. Ich weiß, was er für Österreich will. Ich weiß, wie er die Energiekrise, die Energiewende lösen will, wie er die Teuerung bekämpfen will. Womit er punktet, ist die Sympathie. Ich glaube, da geht es allen Österreicherinnen und Österreichern ähnlich. Es war so, es ist so. Und wahrscheinlich ist es weiterhin so.